Musik In einem zweiten Schritt lade ich Sie ein, Ihren Atemweg wahrzunehmen. Am günstigsten ist es für uns Menschen, wenn wir durch die Nase atmen, dann wird die Luft gefiltert, erwärmt. Wenn dieser Weg vielleicht ein bisschen verstopft ist, putzen Sie sich einmal die Nase oder weiten Sie diesen Weg von innen, schieben die Nase ein bisschen nach oben und öffnen so die Nasenflügel. Und spüren Sie der Luft nach, wie sie durch die Nase aufsteigt, hier in diesem Bereich ankommt, durch die Nasengänge im Rachenraum wieder herunter geht und auf diesem Weg bis in die Lunge kommt. Stellen Sie sich vor, dass Luft, die in der Nase liebevoll erwärmt ist, warm und weich in die Lunge gelangt. Verwenden Sie keine Kraft, keinen Druck. Alles soll liebevoll sein, alles darf groß sein. Alles soll liebevoll sein, alles soll liebevoll sein. Untertitelung des ZDF, 2020